Musik Ne, äh, Bonn, schaust, jetzt, jetzt, jetzt kommen die Zahlen. Hallöchen, liebe Freunde, zur, äh, erstenmal allerletzten Folge des Lachflashs. Hallo? Und, ne, zuerst, äh, zuerst mal vorletzten, äh, zur vorletzten Folge, äh, Damned, ähm, mit Helia, Kalypso, Dende und Hatzel. Jawohl. Und, äh, ja, äh, die vorerst letzte Folge aus dem Grund, weil wir noch ein paar andere Projekte haben, wir wollen die gerne mit euch teilen. Und, äh, wir denken im Großen und Ganzen, dass euch das auf Dauer, äh, zwar vielleicht Spaß macht, aber auch gleichermaßen langweilig werden würde. Und, äh, deswegen haben wir gesagt, wir machen jetzt diese Abschlussfolge, die wird ein bisschen länger. Ja. Äpfel? Müdigkeit gilt. Und, äh, ich hoffe, ihr habt Spaß an der Folge, an dieser kleinen, speziellen Folge, die ein bisschen länger geht. Und, äh, ja, habt Spaß und, äh, die Abenden heißen sich einfach nur Willkommen. Hi. 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 Ich suche wie immer Freunde und ich starte. Starte. Oh, das wird wunderschön. Wie geht das nochmal? Der Jiggeberghospital. Warte, komm, jetzt die, ähm, die Kontrolle brauche ich jetzt. Ihr startet jetzt, ne? Hi. Oh, hi. Oh, hi. Warte, ihr seid jetzt auch wieder drinnen im Sohn. Ja, wir sind drinnen, du bist doch raus. Ich hab' ein. Ich liebe wieder Freunde, denn wir. Das kann doch nicht sein, dass jemand nachschreiben muss, ey. Falls jemand zur Brise kommt, der Cloud reicht schon vor allem von uns. So, bin ich. Ist der Rest auch da? Nein. Wollt ihr mich veraschen? Ah, so geht das. Ich gehöre nicht zu dem Brise, der. Halten, ne? Hallo, hä? Achso. Hallo. Ging das das letzte Mal nicht so? Hey! Oh, hi. Gott. Ah. Ich sehe dich. Oh, nee. Also, nee. Die ist ja schon wieder da, die Alte. Tschüss. Ich brauch' ne Beichte. Na, ein Glück. Ich habe meine Freunde. Du kannst dir mal dann auch, meiner Schwester, ne Beichte holen. Huh? Hä? Was war das? Achso, ich hab meine eigene Schulter gesehen. Oh, Licht im Haus. So wie du aussiehst, musst du, musst du viele Schwestern haben. Ich hab' den Kisten gesehen. Ich hab' den Kisten gesehen. Oh, ja. Ich hab' den Kisten gesehen. Das will nicht funktionieren. Ah. Da musst du rein. Denne, was tust du? Das will ich nicht. Ich... Du bist schon aus, Denne. Oh, er ist weg. Tschüss. Oh mein Gott. Stand da auch nicht disconnected oder so? Doch, stand. Wie, wer? Ja, Denne war... ...disconnected. Sag mal, was bist du eigentlich für ein... ...host? Oh, ich bin ein wunderschöner Host. Ey, wieso geht's denn nicht weiter? Was soll das? Hier, hier gibt's keine Batterien. Ey. Ähm. Hallo. Nein. Ich bin keine Leute. Nein, 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 nein. Oh, hat sie. Wir werden noch ganz dicke Freunde. Oh, ja. Oh, ja. Hallo. Oh, nein. Oh, Kalypsus. Nein. Die eine ist ja hier hinten. Oder was ist denn? Scheiß, ey. Kalypsus. Jeder sucht hier nach Reizwäsche, ey. Ich komm. Ich will Kalypsus-Reizwäsche. Kalypsu. Ich hab keine Reizwäsche an. Na, 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 na. Ich bin nackt. Kalypsu. Nein. Oh, bald kann ich rennen, mein Kind. Denn ich hab keine Schlüssel gefunden. Mach das was. Verpiesel dich. Ich hab Schlüssel, ihr Lieben. Ich kann mir nicht mehr. Ich verpiesel nicht. Ich komm. Oh, Moment. Oh. Fein. Ich komm. Moment. Scheiße. Oh, Gott sei Dank. Oh. Wie alle? Oh mein Gott. Hab ich nicht da? Hab ich Schwein? Hast du Schwein? Ja. Nur weil ich da nicht durchgekommen bin. Dende, wo bist du? Oh, Dende ist drauf. Oh Gott. Dende, ich werd dich töten. Oh, Dende. Nee, nee, jetzt nicht bitte. Nee, 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 du musst immer aufhören zu flucken, Nala. Ja, pass. Seid liebt so einander? das ist ja wie so komisch leiten ich bin tot so lange die tür an ok doch doch kommt ich zeige euch den blister er war nummer 1 hat der priester denn auf der speisekarte auf dieses buch ich kann euch allen versichern dieses buch bietet keine schutz als rechte glaube nicht für uns drei nein definitiv nicht das buch ist zu schwach ich schließe eigentlich dieses spiel ich krieg doch mal rein ich krieg doch mal rein scheiß die waren da ich krieg doch mal krüppel ich sterbe du alter du hast barmuth den schlüssel geklaut sucht den engelschlüssel was denn geklaut ja ich dachte brauche nicht wenn das ist eine sünde das weißt du doch die freunde wollen doch die freunde wollen doch die freunde wollen doch die freunde doch die freunde du gehörst schon zu meinen freunden ich versteck mich vor dir ich bin einsam mit einer einsamen folge warum bin ich eigentlich schlimmer was soll das auch einfach so bist du tot nö ach so das kann gar nicht stimmen was soll das was ist denn jetzt los hallo ich hab das verpasst man bleib mir da mal guck mal ne folge barmuth guck mal ne folge was soll das alles das ist alles nur scheiß PR da denk ich die Schöne auch ich hol sie mir ein nach den anderen juhu nur schreide hört drehen wir um da stand sie schon die dumme Nuss die dumme Nuss so was ist da los hat sie ich hebe dich bis zum Schluss auf oh gute Wahl gute Wahl ja mein zweites Haar wir wären große Freunde also sag mal das klingt irgendwie als hätte die kleine Dauererektion was soll das ja das gibt's doch nicht was soll denn das ich hab da auch nen Schlüssel gehabt direkt folge erstmal ab 18 Jahren freischalten die mit Schöner ist tut mir leid für die 14 Jährigen die eigentlich irgendwie in Biologie nicht aufgepasst haben die hier was noch lernen können hallo 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 nicht da lang gehen hallo ja der dicke ne der dicke farbige rennt sie rennen alle vor mir so ne Schisser ganz krass so ne Schisser hallo 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 ich liebe dieses Spiel irgendwie hallo aber nur wenn du Kinder bist nur wenn ich Kinder bin ja du bist hinterlistig ey geht gar nicht ich liebe die kleine hallo du bist so oh gemein hallo hallo kam sie an ihr rand hallo 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 okay alles klar tschi 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 ich glaube ich finde dich sowieso nicht mehr oh Dende ich werde dich finden keine Sorgen wieso ne oh Dende hat wieder mal kein Licht an ey pfh Dende kannst du Dende kannst du nicht finden weil wisst du warum Dende ist raus ja so ziemlich die ganze Zeit ohne Licht rum und Dende meine Leute nicht also guck ich Hatzel ist halt vorsicht und so ich muss ja leben ach musst du nicht Dende ha 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 gib doch auch nicht mehr gönn dir ich will aber du bist doch mit Freunde man na Dende kriegst du keine Türen aus Dende oh mein Gott Dende 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 haue Abfall ey zeig dir den echten Hasen ey komm wir nicht so oh no gönnt wo kommt man hier rein oh Dende was ist das Ha 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 Hatzel bist du denn Irre eh you ha 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 oh Dende kommt in den raum ein denn ist genauso schrecklich aus denn das ist also kein ich probiere jede türe eigentlich denn du bist muss besser türen aufmachen also gehen die frisch ich hab ich hab ich hab ich dachte ich umgehe sie so und dann ja 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 immer in der runde seine genau ich weiß nicht wo ich hier langsam ja genau ich hatte immer viel zu spät denn das bisschen nervös finde ich ja kommt immer zu spät ja eben zu spät ein oh mein gott das habe ich so gesehen ich habe direkt zu haben geschaltet aber ich wusste irgendwas sein ich hatte ich glaube ich schon dritte ja da habe ich den einschlüssel ist die diese map gerade zum wald mutiert ich habe hier eine türke aufgemacht aber ich kann mir halten ein willst du hier durch die heißen in die waschstätten müssen ja auch alle gucken oh mein gott ich will dir was zeigen die lass mich rein ich nehme mal wieder weg ey ok das segelt so weg warte da geht es dir dick schon hast du gesehen die dickst voll oh ja der priester ey die dickst voll ja dickst ey denne hör auf denne lass die türe zu bist du denn irre schaff ich das eigentlich schade dann hör auf denne denne hau ab da ja ich schnelle hat sie mir mein herr haben auch schon geklärt ich wollte hat was hat sie ist tot ja ich bin dort ich kam von hinten was das war schockierend ja ja hat sie tut mir leid denn ich finde ich bin doch raus ne aber dende ist nicht tot nee nee ich belegen unsere hoffnung in dende hinter dir was der schafft das nicht was hinter wo was ey guck mir doch ne erlob man was soll das wer macht da die türe zu wir müssen dann den ausgang finden was soll denn das hatte du störst sie bisschen was 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 du warst das dende geh raus und was ist die fadisch ey echt ey bist doch ein ganzer keller ich bin nur nur so ein einsames kleines mädchen siehste so ein kleines langsames mädchen dende geh einfach raus und steht deinem mann nein lass die hose zu du sollst dann ach komm oh dende das wird bisschen frisch hä was hände was hände die man nicht sehen hände und boden die man nicht sehen oh das ist tragisch die hände die hände halten dende fest meine massage hände massager wir brauchen ja keine massager ausgang ja jetzt mal irgendwie wieder was finden hier ja dende du findest mich ich weiß doch und den darin im tode das doofe ist an dem spiel ich kann es nur mit dieser taschenlampe spielen mich vorwärts bewegen es ist so arsch dunkel bei mir denn oh mein gott diese elende kracke da was soll denn das die will ich lache oh mein gott da wird jetzt aber auch weg rennen ey oh ich will glaube ich noch ne runde killer spielen also so wie dende sich hier bewegt also für epileptiker ist dieses spiel jetzt grad nix ah jetzt gehts wieder ich kann irgendwie grad nicht äh parken sonst dende fach mir ist kalt äh der kalypse hat das virus auch schon verbreitet ey doch ey was so komm ich ich hab mich selber ausgespürt oh mein gott alter ne mach die türe zu dende mach doch mal zu zu was mach dir mal die türe zu ok oh gott dende du sollst die türe zu oh gott ich will doch nicht ewig in der türe hier bleiben also es überlebt dass ich grad so äh so äh so dunkel klingt also ich hab mich grad erschrocken jawoll ich bin ein gutes mädchen ja ey man ich will freunde klar ich will hier raus drei hab ich schon mhm und denne der schisser kommt auch noch so was heißt das ist ja so ey das geht mal ohne jetzt geht meine taschen einfach aus oder was ah oh alter willst du mich verorschen ich hab die angerannt ich hab das voll drauf ey oh ne wie krank bist du eigentlich alter ey das gibt aber voll rache die attente bist du langsam oh dann mach ich einen auf priester oh nein wie meine kinder also ich bin biermann ey ne ich hab bier verstanden nein biermann ja wunderschön wer kämpft gegen den gefallenen engel oh scheiße bitte keine weiten ja bitte keine bleibmann ey war es dir jetzt diesen ball zu nehmen ey ich hab kein bock auf ne drei stunden folge extra large hat sie ein bisschen noch da ja ich kann mir bloß meinen charakter nicht auswählen wieso nicht weil ich den nicht auswählen kann einfach mal starten das spiel okay ich dachte einfach wir probieren es ja da war es ja ich komme sogar mit nee du fliegst noch denn ne 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 ich komme mit denn du bist raus pass auf ey komm mit hallo ne was ah so geht das okay ich hab mit ich komme mit oh hi ahmed oh zwei schlüsse zwei schlüsse ohne probleme oh gott er hat es geschafft juhu warum ich habe zwei wunderschöne hier zugeschlossen schließt hier oder hier wieder dann da kann ich nicht das ist mal dann die andere so sie ist am öffnet dich ich bin ja nicht mal killer auch schade nein ja das haben wir es nicht benutzt ach man das hat so einen spaß gemacht mariel es war so schön mit dir was sucht ihr denn da vorne ich weiß nicht den glauben an mein buch der buch ist scheiße dann glaube ich reicht nur für eine person denn wie lange hattest du vor zu leben das wieso ich weiß es nicht ich hatte jetzt mal vor ein bisschen länger zu leben ist das machbar man weiß es nicht und da hat was Geräusche gemacht also die Heizung Mann denn das ist doch deine Falle du kommt rein und guckt raus der Priester hat uns bringt Kalypso wirst du hier soll ich den Hase mitbringen ja ja zeig mal ist das ein echter hallo sag mal was soll das natürlich der hüppelt der hüppelt fein gehüppelt hier haben wir zwei Dartscheiben können wir eine Runde Darts spielen oh finde ich cool ok Spielwechsel Darts wird jetzt gespielt geil bin ich dafür Dienchen und steht die Leiter hier ja der hier die Schlüssel zum aufschließen ich ich habe zwei also ein Schlüssel habe ich auch nicht ey Dende hat zwei ich ich nicht ich nicht also Dende töten hallo was warte was soll das lass mich doch leben können wir erleben naja ich habe das Gefühl dass ich die Erste bin ne 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 ich werde bestimmt die Erste sein ich Come Challenge Confirm wer Stuck zuerst eh Errungsschau freigeschallt Fürs Kill ja ja Pardon aufmachen hier na 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 gib mir mal ne Batterien gegönnt gib mir mal ne Batterien gegönnt gib mir mal ne Schlüssel ey Schlüssel folge mir mein Kind ne ich zeig dir den richtigen Weg das ist er nicht hm hm ich such mir meinen eigenen Weg Dende macht's schon danke ja irgendwie hab ich euch schon wieder verloren der Linia Turtle der Linia Turtle Linia Turtle ne hier ich bleib bei euch das will ich sehen ich will nur eine Tür testen ich bin eine Statue was soll das denn ich bin nicht da ich bin nicht da ich bin nicht da ich bin nicht da äh kommen wir jetzt schon nicht weiter ja irgendwie kann es doch nicht sein das war gerade verrat aber du warst doch schon längst wieder draußen jetzt sucht Bahamut in Schränken nach der Arme weißt du das so genau dass Bahamut in Schränken nachguckt ich weiß es noch nicht ich weiß es noch nicht wir dürfen gespannt sein hm hä ich geh grad die Tür öff wo? was? wo? ich renn einfach mal ich sollte auch rennen hä? wer war da in einem Raum mit dem Dart und so ich warte bis die Musik oh wo sind jetzt alle? haha ich bin schon wieder alleine ich hab hier irgendwo ein Lichtlein gesehen Lichtlein? ach Gott denn du ah los warum sind denn immer so zwei? ey das geht jetzt mal gar nicht ich kann die glaube ich gar keine Türen öffnen ich kann irgendwie gerade auch keine mehr öffnen ja aber ich auch nicht ich habe zwei Schlüssel ich bin schien ist nicht ja gar keinen hm das war uns und ohne Schlüssel können wir gar nichts öffnen du musst irgendwo eine Tür öffnen ich habe das Gefühl derjenige der die Schlüssel aber hier waren wir auch gerade eigentlich schon hier jedes Jahr ausprobiert hm ja oder wir haben irgendwo was übersehen mit Sicherheit ja ja wir wissen jetzt schon wieder ja bist du schnell? ich will schnell hier weg hallo 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 wir haben wahrscheinlich irgendwas übersehen ja 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 ich werde hier geschoben was ist hier neu hallo hallo mami was hallo ich habe das so ein Summ auf dem Ohr gehabt ey ich konnte es hier öffnen toll denn ja aber es gibt schon denn was kommt der auf dem Ohr denn du bist noch nicht raus ja hier 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 das ist neu denn ist noch nicht raus juhu ja ich kann noch eine Weile drin bleiben Batterie hier oh Schlüssel Barschlüssel ah Schlüssel Blup-Schlüssel 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 ist ein Strandbad hi 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 Blup-Schlüssel ist mit Spielung fort he 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 ihr mich nicht finden ich bin der du bist natürlich, alles klar genau so ist es genau so ist es genau so ist es ich bin der Stuhl ne was ne ich bin der Stuhl ich bin der Stuhl ich bin das Seiner Stuhl bitte mal hier Kunzskann ist changed понимаю ich bin das Dissert oh lecker ich bin mal ich Blup-Raum eh wir werden wir folgen in dem Blup-Raum in den sicheren Tod ich darf sie an die fragen ich und meine orientierung ich glaube ich weiß doch nicht hier lang haben wir das zurück ja ja hier da hört man es direkt wieder sind alle auf hier aufpassen wunderschön wo bleibe ich denn da hängen denn die ist ist absolut gar nichts also ich habe schon gefunden aber so ein schlüssel vermut was los ich finde ja keine dinger mehr zum aufladen muss ich sagen das ist echt ziemlich wenig wenig gibt als letztes mal also echt ziemlich wenig wirklich sterben wenig und jetzt lang hier ich kann ja nicht durch ich muss ja echt treizehn stunden suchen bis ich irgendwie mal aufgeladen bin das ist echt assi hinter hat sie kann ich nicht öffnen kann dass jemand von euch mädels wo bist du hier hinten im raum nicht auf aber ich habe viele schlüsse jetzt habe ich schon ein beistuhl das war super ich spiele orgel macht spaß buch vorlesen ich trau der dinge auch game raum ja ach ja das kann ich auch machen das bestimmt auch mehr das nicht toll da will ich auch ein dinde ich weiß wo der raum ist weißt du ja ja dann zeige mir den weg ja dann komm mit ich komme weißt du eigentlich was ich für ein habe steht oben links so schlau du priester ja war priester und keine bibel das sein hören was er nah enthält hier sind ja echt keine fallen haben hat sie hat mit heilschlüsse gefunden ich stolz hat sie gut hat sie gute mitarbeiterin hat katze verstanden warte hat sich konzidieren ja genau du darfst ja das schlüssel aber denn der auch jetzt wichtig was scheiße halt ohne immer so normale irgendwie will ich hier nicht rein zu eng und wie fehlt die musik jetzt kommt gleich boom ja oh da ist eine tür da ist eine tür kann jemand hat sie denn du ich komme gleich ich bin gleich da ich habe nur kurz auch noch da hinten die an die tür geguckt die tür die da ja nicht ach das ist der ball rum ja jetzt sollte wir mal schnell weg du hast gebett ich kann keine voll speed die auch machen ok dürfen wir haben so viel ich dachte gerade wir haben so viele schlüsse und können keine türen aufmachen alles klar ich darf einfach weiter warte mal wer hat das alles gefunden hier durch die tür da haben wir noch eine tür geht nicht auf ich habe vier schlüssel vier ich habe einen hat sie läuft bei dir ja ich bin gerade nicht so gesprächig ich finde es einfach also echt ist es komisch sind die letzten folgen ich liebe zuschauer muss er echt zugeben oder bei mir gerade zugeguckt guck meine folgen und es ist wirklich krass dass ich ziemlich wenig finde ich finde echt ziemlich viele dicke wo ich energie saugen kann ja wenigstens mehr zeit für uns ja das ist schon klar aber ich finde das den schlüssel habe ich aber nicht gefunden aber es kam okay update hier ja weißt du wie ich bin hier auch ne nix kam hier auch und das ist eben das komische weil ich krieg echt übelst wenig es war letztens derbe viel in manchen gäng derbe viel da könnte ich in manchen gängen fünf was aktivieren jetzt ist es hier muss ich immer suchen das ist echt heftig mehr zeit für uns ich kann es öffnen ich habe das gefühl dass hier gleich irgendwas kommt ja ich habe das gefühl ich sterbe gleich was wieso habs im murin ich habe natürlich nicht in der nähe sind für heute zwei schlüssel wir brauchen jetzt hier sind die dinger davor brauchen wir wieder das teil so was ich habe zwei schlüsse jetzt gefunden die war noch nicht benutzt haben dann wieder türen test türen test die tür hält ewig ich vertraue den starten aber nicht ich glaube ich weiß rennen ja musik hat er in der karte küche aufgemacht ja oder den boden wo seid ihr ich musste wegreden wenn ich das sage dann bin ich tot ich sagte ich wollte von einer langen zeit in einer folge denn was zeigen wie man ich weiß ich glaube ich kann keine mehr nehmen ich bin zu voll hier war ich noch nicht drin das ist doch doof wartet mal wo ist die wir brauchen wir brauchen ja die dings ja die brechstange ja ja ich glaube ich habe nämlich schon den schlüssel für die enttür ja also ich bin wichtig wenn ich sterbe dann holt mich mit ganz vielen schlüsseln mit ganz vielen schlüsseln dann ihr alle karte habt dann bleibt schön in der nähe damit würde ich muten können was sie gibt warte eine tür haben wir noch nicht gemacht eine tür haben wir noch nicht gemacht alles klar scheiße ein kotzeimer neben scheiß haus genau mein das was ich immer wieder genau mein ding was ist so ein bisschen dahin ist gar nicht mehr in der gruppe ich habe doch gerade gesagt ich habe schlüssel gefunden ich bin nix mehr hier also ich bin sehr wichtig ich habe ganz viele schlüssel ja dann dann mach du mal du kriegst das wie sehr freundlich ich warte auf euch doch haben wir hier noch irgendwo in der tür gehabt ich glaube ja hat sie wohnst du dank warte da müssen war das da wo war das wo war was nieder hier ging es dazu küche oder ja wo ist denn die mir mann hier wo hier wo seid ihr jetzt die letzte da war hier bei der hier war noch eine tür wo ist denn jetzt da rein oder verdammt ich kann hier diese eine tür nicht aufmachen dann sage mir mache ich jetzt hier sein soll ich denke ich bin der ist lang gelaufen geht doch gar nicht anders in der blub 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 bütter das doch da hinten naja hey hey und hat sie hat sie hast du auch einen neuen schlüssel ich hab drei insgesamt gut gut dann kommt meine kinder ich hab immer noch zwei ah mia mann ist weg alles klar wo ich weiß begleicht ins end ja hat sich gelohnt als ich bin was ich hier vielleicht irgendwo was übersehen ich glaube das ist wieder eine sehr lange runde mit bahamut oh ja sie ist auch vorne geil wir leben alle noch die ecke ok wie auch was muss ich noch was was da los ich glaube ich denke ich ja jeder muss mal jetzt mal schneller los geht's aber warte wir müssen wo bist du kommt wo kommt also du okay okay aber nicht ernst erscheinen wo war das genau ich muss gerade überlegen da war ich ja vor kurzem mit euch schon wartet vielleicht hier lang bin ich gerade nicht und wieso seid ihr jetzt wieder weg ach hier war es glaube ich ich weiß gar nicht mehr wo ich bin da hallo ja doch hier wieso bin ich nicht so verwirrt leute ach hier 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 glaube ich ja doch ich glaube ich bin richtig hallo 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 hat sie wo bist du aber nicht was jetzt aber nicht die ganze zeit hier oder ja sie sich verloren haben ja dachte ich wohl bist du da bist du noch da wo wir uns zuletzt gesehen haben ähm ja ich bin zu dick rennt uns ja nicht weg also ich bin Priester ich 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 bin da schon ganz rein denn hier ne ja 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 nice richtig nice alter ist das klasse richtig nice also wir haben mal eine runde wo alle entkommen sind liebe freunde heftige scheiße zum ersten mal wo alle vier so jetzt will ich hier von irgendjemandem ne von irgendwann ob es ich bin hier ja kalipso oder 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 irgendjemand anderes und so was ich will jetzt eine einbindung von irgendeinem stoßhörn der applaus gibt ja ja richtig krass alter ne schreibe ich mir so bei 43 minuten ja ich hatte das mal auf und so aus aber ich muss echt sagen das war echt schwer weil ich hatte echt wenig am anfang wo ich irgendwie energie ziehen konnte ich konnte keine energie ziehen ich habe immer so lange gebraucht bis ich mal irgendwie in dem modus war ist echt krass gewesen aber du warst aber auch kurz bei mir da an dir vom externe ich habe das irgendwie gemerkt und so also ich wurde da weil du kriegst in dem modus wenn du wenn du genug gezogen hast wirst du bevor du rot wirst wirst du erst langsamer und dann schaltest du um zu roten dann wirst du schneller mhm ne und dann also also das wo du fast in sag ich mal in zeitgubel läufst und sowas weißt du dass jemand in der nähe ist so und dann muss aber eben nur gucken wo weil das ja weil du weil du kriegst das erst mit wo jemand ist wenn du wenn du diese rote sicht hast dann krieg dann siehst du erst die anderen ne und sowas aber geile aber geile runde gewesen also ich finde es echt mal krass ne dass jetzt mal alle entkommen sind und das ist richtig nice oh ja oder wie hast du jetzt grad im chat schreibt Nudeln oder Likes ne das ist richtig genau Nudeln oder Likes oh siehst du aber hat er nicht gemacht schade nein Ü und SZ gibt dich Nudeln 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 ich weiß nicht ob wir jetzt nochmal alle nochmal gelassen wir haben jetzt 44 Spiele und wir machen jetzt nochmal eine Runde und dann würde ich sagen kommen wir fast um die Stunde und das sollte eigentlich auch dieser Spezialfolge eigentlich genug tun erweisen ja ich kann denn nicht wieder meinen Charakter nicht auswählen oh hat sie du bist raus Schuss Charakter ich bin John ich bin der Priester ich habe ein Buch ich bin glücklich ich gehe nicht zu John John ist kein guter Priester oh dann komm zu Scott das wird ein großes Spiel oh dann komm ich zu Scott Kuscheln oh ja ich bin unerfahren ich mach das erst seit 45 Minuten dann würde ich sagen für 45 Minuten wir starten genau oh Gott und ich tat mich schön das Verility Asylum also wir haben nicht alle schon bekloppt genug oh hier fühle ich mich heimlich hier fühle ich mich wohl ich bin glaube ich die erste die stirbt oh mein Gott und dann mit Sicherheit ach jemann irgendwie ey oh mein Gott ich habe lange bei mir stoppst bei mir stoppst bei mir auch bei mir auch mal übelste auf übelste sohne ich kann ja jetzt jetzt habe ich boah geil ich habe hier so eine flüssige Bewegung hallo das gehörte nicht her das gehörte nicht her das gehörte nicht her ich habe ein schwarzen Bildschirm ja dann äh ich weiß nicht ich habe Standbildschirm oder so keine Ahnung man kann ja auf jeden Fall zur Not nachjoin das klappt ja muss ich ja oft genug machen ja wenn die Tür dann auf ist dann komme ich auf jeden Fall ach denn da ist es ja gar nicht gewöhnt 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 dann warte ich jetzt mal bis alle auch wirklich äh hast du das disconnected oh mein Gott herzeneu also ich fange jetzt noch nicht richtig an die Runde ne ich wollte ich wollte jetzt immer noch bis Hatzl da ist was ist es Mist ich hatte gerade Standbild ich bin da auch noch nicht da aber mach mal du nicht wichtig ich bin auch nicht im Spiel ich warte genau hier ich warte genau hier bis alle connected sind wieder und alle da sind dann lege ich los erst ähm aber das ist komisch dieses Spiel bringt diese Bugs mit sich ne wir haben immer alle Probleme irgendwie ich bin jetzt noch nie aber wobei du sagen musst äh ich bin dein Jüngling nein ich muss der Sünde entgehen ich hab ne Beiste so hast du mir einen Hasen versprochen ich demoniere sie nicht ab Hase Hase gib mir den Hasen ich bin da ey nice ja sehr schön sind wir alle da ich bin die ganze Zeit da hat sie es auch da ne ähm so gucke ich jemanden jetzt zu oh oh Hase gute kann jetzt euer überswitchen es ist ne aber du stehst hier stocksteif vielleicht nochmal raus und nochmal komplett rein ich mag das Spiel langsam nicht was ist ja die letzte Runde also es ist echt schade dass sie nicht nicht mal daran gearbeitet haben es ist wahnsinnig schade äh liebe Freunde und äh ja wie gesagt vielleicht ist es auch deswegen weil äh Dende auch immer raus ist ne also es ist ja ja er wartet und wartet das Spiel hat sich das gemerkt weißt du weil Dende ist raus Hase ist glaube ich heute raus weil bei mir läuft halt nix hä dann warte ich jetzt nochmal nach hinten Hase sie bist bei uns tot Herr Rössler was ja du siehst du das nicht mir Mann ja da liegt Hase bei mir sie steht bei mir und atmet hier fröhlich vor sich hin also bei mir schläft sie ne bei mir steht sie hier und hält die Tanklampe nach oben Hase sie aufmachen also ich warte jetzt auf jeden Fall nochmal Hase ist Uri Geller Hase ist Uri Geller Hase ist Uri Geller ja ich steh vor dir jetzt sind noch keine Schlüssel ach du ja ich mach jetzt auch nix gerade ach deswegen kann ich den Ruhschlüssel suchen boah das ist ja gemein boah das ist ja gemein ich dachte die Feier da das ist echt ey ich kann hier nix mal machen spät wohl ja aber was sollen wir dann was sollen wir dann machen wir das jetzt na denn wir dann töten im Schnee ja genau denn wir machen sie jetzt mal hin oder wo wirst ja das ist ja voll ich schweiß schlüssel Zeit dann mach die Runde einfach so ja genau ich bin gestorben hä wie geht denn dit wahmuth hast du nicht mehr achten zu you died ich guck da lieben ich bin gestorben oh gute Ball denn hast du mich gerade gekillt ja ja dann sag doch was mein Gott echt kommunikation am arbeitsplatz wisse was soll denn das wisse ich bin so fett raus denn es geht gar nicht so witzig du bist ey ich dachte wir machen die hier ganz schnell und so dann sag bereit ja aber du kannst doch wenigstens sagen oh ich hab ich hab barmuth getötet barmuth ist der erste wisse du solltest glücklich sein denn und so ja was kommt von Dende richtig nix ich hab mich ja so hinter dich gestellt ich dachte du erschreckst dich vielleicht wenigstens mal ich hab mich schon erschreckt ich hab gewollt dass du was sagst ein Priester erschreckt sich nicht als nächstes bin ich hier dran oder was Dende ey ich bin jetzt leider wieder im anderen Zustand Dende ein Priester erschreckt sich nur wenn seine Bibel weg ist alles andere ist egal Bahamut erschreckt sich bloß wenn er die Bibel durch die Gegend wirft nein wenn es weg ist oh Gott es kann fliegen oh ja Gott es kann fliegen hoch in den Himmel oh gepriesen sei Gott oh Kalypse wo bist du eigentlich oh ich hier ich hier ja genau ich angst was soll ich jetzt machen das ist vorbei ich angst das ist eine taktische Position ich muss pipi echt? lass laufen ok hallo sag mal hallo was soll das dahin ich dachte das wäre ok weil Kalypse sagt nein nein nicht ok ist eine walme Folge aber nicht ok was schade ich hab mich probier mal was nein Dende nein mach es aber bitte mit Kalypse ja oh ich hab Schlüssel ey vergiss es hallo nee hallo hallo da hat ich ein bisschen länger gewartet hallo da war ein Dende wieso ist hier so dunkel ja und dann musst du eine Glühbirne einbauen dunkel war es der Mond schien helle aber wo seid ihr denn ja meine lieben äh ich bin nur noch da deswegen hab mich jetzt erst umgeschalten zu äh wir schalten jetzt zu Hylia oh nice hallo was ich hab so ein Piepen ja du glaubst dass ich äh dass ich hier grad nicht so guck meine Folge yes yes schalte um oder Dende kommt zu dir nach hau so jetzt sind wir bei Kalypse sie ist grad bei Dende Hatzel Hatzel genau sagst du noch lauter wo bist du? bei Baramut oh Lass 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 ist keine sage ich mal okay eine kaufempfehlung ist es von meiner seite muss sagen nicht aber wenn man ein teampiller ist kann man das gerne mal mit dazu nehmen aber so es ist ja halt ein reines multiplayer spiel muss ich sagen was 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 haben wir auch hinzuzufügen ja schade dass es nicht weiter geführt wird also wenn es mehr features hätte und mehr modus gedünst würde ich es auch empfehlen aber für 14 euro 50 90 war das glaube ich und es wird nicht mehr weiterentwickelt und so wenig eigentlich für so ein gutes spiel also wie gesagt kaufempfehlung von mir gibt es auch nicht also also ist keine unbedingt die kaufempfehlung also ich würde schon empfehlen hätte das spiel mehr ja dann auf jeden fall wir haben es ja in sonderaktionen gekauft für 6 euro aber für 15 euro ich würde empfehlen wenn es für fünf euro wäre aber für 15 euro zu übertrieben und sowas denke ich also es ist es bringt einfach die leistung für den preis gerade mehr rüber für den allgemeinen preis bringt die leistung einfach nicht aber es macht spaß spaß auf jeden fall ihr habt ja gesehen guckt meine folgen guckt unsere folgen ja es tut mir leid europa bin ich voll raus und wir hoffen es hat Spaß gemacht an der stelle ich sage einfach nur lasst euch nicht verfolgen in der dunkelheit und gebe ab an die das ganze einfach nur beendet tschüss bis zum nächsten mal ja meine freunde ich werde auch zu euch nach hause kommen wir sagen für dieses spiel vielen dank fürs zusehen und wir sehen uns bei unseren nächsten projekten was das auch immer sein wird lasst euch überraschen also leute tschüss 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 tsch